RTLs Förderschule für angehende Influencerin Wolle Rose kaufen? Startet auch im nächsten Jahr wieder sein Förderprogramm. An die Arbeit! Oh mein Gott! Neben Gratisurlaub gibt es für die strebsamsten und auffälligsten Kandidatinnen Fucking, fucking time out! Fame! All inclusive! Bei überzeugender Darstellung von Liebe und Gefühl Zu schnell, zu schön Gibt es sogar Gratis-Sex mit diesem Möchtegern-Nachwuchs-Prominenten Tiefblaue Augen Hellbraune Haare 1,91 Meter groß Und es winkt die Aussicht auf das Sommerhaus oder das Dschungelcamp Oder zumindest auf einen Insta-Werbedeal für eine Creme gegen Scheidenpilz 20 Euro sind 20 Euro Hier sind die diesjährigen Absolventinnen des RTL-Förderprogramms Laura Kim, Denise Vivian, Anna Denise Carina Ich dachte, dass Carina nackt auf den Tisch tanzt Stephanie Nadine Deborah Jacqueline Michelle Kim, Virginia Nina Melissa Noch eine Jacqueline Mimmi Maria Steffi Esther Linda Nora Aber nicht die Ex von Thomas Anders Das ist jetzt gemein, würde ich sagen Hanna Na